Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn du jemanden überredest, dann quatscht ich ihn letztendlich so lange voll, bis er dann letztendlich kauft. Mehr oder weniger genervt. Dieser Kunde wird aber nie wieder bei dir kaufen. Das ist der große Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen? Was ist der Unterschied zwischen einem Kunden zu überreden, dass er dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft, und einem Kunden zu überzeugen, dass er dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft? Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn du jemanden überredest, dann quatscht ich ihn letztendlich so lange voll, bis er dann letztendlich kauft. Mehr oder weniger genervt. Dieser Kunde wird aber nie wieder bei dir kaufen. Das ist der große Unterschied. Wenn du jemanden überzeugst, wirklich überzeugst, dein Produkt und deine Dienstleistung zu kaufen, dann hat er letztendlich von sich aus gekauft und wird immer wieder kaufen und wird ein langfristiger und begeisterter Kunde von dir sein. So, das sind die zwei Unterschiede. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist in der Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege für die IT-Branche. Ich würde mich freuen, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal.